Was hier vorfährt, ist 1265 PS stark und 7,5 Tonnen schwer. Drei Kandidaten, die Sportlichkeit beweisen wollen. Von einem SUV erwartet man sicherlich nicht unbedingt Sportlichkeit und Dynamik, was möglicherweise aber ein Fehler ist, wie dieser Vergleich beweist. Die drei SUV, die wir heute für Sie zusammengestellt haben, beeindrucken nämlich vor allem durch Kraft und Faszination. Da ist zum einen als Dieselvertreter der VW Touareg R50, der sich messen muss mit dem Mercedes ML 63 AMG und dem Porsche Cayenne GTS. Den Anfang macht die M-Klasse, die hier besser in Monster-Klasse umbenannt werden sollte. Die massive Karosse wird von einem 6,2 Liter Triebwerk geradezu durch Raum und Zeit geworfen. Der V8 ist der Hubraumriese im Vergleich und schöpft jederzeit aus dem Vollen. Schönes Detail, der Mechaniker-Name auf dem Motorblock. Auch in Sachen Leistung liegt der ML ganz vorne. Fast schon aberwitzige 510 PS bei 630 Newtonmetern Drehmoment stemmt der ML auf beiden Achsen. Berauschend der bullige Sound. Genau wie die Beschleunigung. Mit nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 sprintet keiner schneller als das Monster von AMG. Kurz und gut der Bremsweg. Nach rund 37 Metern steht das Dickschiff. Das kann nur der Porsche einen Tick besser. Abgeregelt bei Tempo 250 ist Schluss mit Vortrieb. Monströs das Standbild vom ML 63 AMG. Große Lufteinlässe signalisieren Überholprestige auf der Autobahn. Die optionalen 20 Zöller erhöhen nicht den Komfort, sehen dafür aber gut aus. Innen weisen Aluminium-Zierteile und Lenkradschaltung den Mercedes als Sportler aus. Die elektrischen Ledersportsitze geben sehr guten Halt. Kein Zubehör, sondern Serie, Regelung für Luftfederung und die Bergabfahrhilfe in der Mittelkonsole. Fast schon schamlos die Umweltbilanz. Über 21 Liter schluckt der ML und pustet dabei rund 500 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft. Zurückhaltender da der 15.000 Euro günstigere Porsche Cayenne GTS. Auch sonst gibt der scharfe GTS auf den ersten Blick den Dezenten. Unter der Haube hört es dann aber mit der Zurückhaltung auf. Porsche hat die Ansauganlage des 4,8 Liter V8 überarbeitet. Ergebnis, der GTS leistet 20 PS mehr als der Cayenne S und kommt so auf 405 Pferdestärken. Das macht sich vor allem auf der Rennstrecke bemerkbar. Klingt abwegig für einen SUV, ist aber die reine vergnügliche Wahrheit. Super, sprintstark, exaktes Einlenken, sauberes Spurhalten und fulminantes Herausbeschleunigen. Dieser Cayenne hat echte Sportwagen-Gene. Porsche lässt den GTS laufen. Ohne elektronische Bremse beschleunigt er auf 260 Sachen und ist damit der schnellste. Optisch aufgepeppt die Front mit riesigen Lufteinlässen. Hervorragend die Bremsanlage, die typisch Porsche auch in diesem Vergleich die beste ist. Ebenfalls die wohl besten in Test, die in zwölf Richtungen verstellbaren elektrischen Sitze. Gut abgestuft, aber 2600 Euro teuer, die Sechs-Stufen-Automatik mit manueller Schaltmöglichkeit am Lenkrad. Überraschend, der aufgemotzte Porsche hat den geringsten Preis. Verbrauch und CO2-Ausstoß liegen im Mittelfeld. Ein ganz anderes Konzept als die beiden V8-Benziner von Porsche und Mercedes bietet VW mit dem Touareg R50. Unter der mächtigen Haube wummert ein 10-Zylinder-Big-Block mit Diesel-Durst, Biturbo-Aufladung und 850 Newtonmetern Drehmoment. Bestwert für den VW. Mit 350 PS ist der R50 der schwächste. In Sachen Hubraum ordnet sich der Wolfsburger zwischen Mercedes und Porsche ein. So viel Motor bedeutet aber auch viel Gewicht. Mit 2,7 Tonnen ist der R50 der Sumo-Ringer unter den Power-SUV. Da hat auch der rappelig wirkende Biturbo-Diesel seine Mühe. Bei Sport, Höchstgeschwindigkeit und Bremswirkung ist der Touareg das Schlusslicht im Vergleich. Wirklich schlecht sind deswegen aber auch seine Werte nicht. In 6,7 Sekunden schiebt der R50 auf 100. Erst bei 235 Sachen reißt der Vortrieb ab. Nicht übel für eine fahrende Schrankwand. Optisch steht der R50 seinen Gegnern in nichts nach. Der Alu-Grill wirkt hochwertig. Die Verarbeitung ist top. Und die 21-Zoll-Felgen mit blauen Bremssätteln sind einfach nur schön. Genau wie die ovalen Endrohre am Heck. Auch innen bleibt die Verarbeitung auf höchst Niveau. Die Ledersätze bieten guten Seitenhalt. Könnten aber länger sein. Viel Alu-Dekor frischen das Touareg-Cockpit auf. Weniger schön der happige Preis von über 88.000 Euro. Da hilft auch wenig, dass der VW mit 13 Litern Diesel am wenigsten verbraucht. Eines vorweg. Wirklich sinnvoll ist keines dieser Autos. Wem aber die Kosten egal sind, der findet hier drei faszinierende Power-SUV. Der AMG übertreibt es dabei mit seiner Sportlichkeit und hat die schlechteste Umweltbilanz. Der Touareg gewinnt nur beim Verbrauch, was in dieser Preisklasse eine untergeordnete Rolle spielen dürfte. Am Ende hat der Cayenne-GTS das rundeste Paket und gewinnt deshalb zu Recht.